also die fb frau ist heute unterwegs mit meinem sender meiner uralten kamera hier drin und jetzt kommt leute jetzt kommt jetzt kommt meine olympus ja das ist das funktioniert auch momentan an warte mal checken ja kann ich das mit der kamera das sehen ja irgendwas geht mit der kamera sich ist jetzt auf die schnelle nicht einfahren hier aber der nachteil ist das ding hat absolut keinen sonnenschutz ausnahm deswegen muss ich jetzt dann obwohl es schweine heiß eigentlich ist muss ich jetzt im wintermütze aufziehen leute ich kann da nicht weg gehen also hinter mir sieht man jetzt da auch noch die die antenne oben ich weiß nicht ist mein chef koch zu sehen wo sind die überhaupt hier sind die kacke ach nee jetzt habe ich die fernsteuerung vergessen um zu kumpen das ist das schwelle schatze hier original kacke du das es gibt es gleich schlecht so es wird so wo ist das kann man vorher bei ja zu die bäumen über also bist du bereit? ja los hopp gut fliegt irgendwo fliegt er windraddiving alles ein wenig gediegen wo bist du da hinten? ja wo ist er denn? ich glaube nicht zu beruhigend ah da ist er jetzt habe ich ihn im Visier ja 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 ich bin aber tiefer als die Flügel oder? ja ja du bist bei dem roten Ring auf der Höhe noch unterhalb ja ja also ich sehe ihn nicht einmal mehr ja ich bin jetzt um sag was ja ich muss jetzt zwischen die Windräder wieder zurückkommen warte ich verpeilt oh da ist das Windrad shit wo ist es zuhause? ich habe mich verflogen ich sehe ihn nicht, ich weiß nicht wo er ist ist er hinter dem Windrad? ich bin zwischen den Windrädern zwischen den ach da drühe da auch beim Wald du bist beim Wald kommen wir mal wieder her beim Wald bist du hinten da da hast du ja Richtung der Dingsbums was der Zell am Main jetzt komme ich auf ah jetzt habe ich wieder die Orientierung du bist doch schon über dem Wald oder? ist das noch vor dem Wald? ich hoffe dass ich in die richtige Richtung unterwegs bin naja da ich glaube es wird größer ich glaube ich bin auf der anderen Seite vom Maisfeld ich sehe ich sehe irgendwann weißen Bitzel da hinten das können unsere Autos sein und ich höre dann fliege lauter ran so dann versuche ich da jetzt nochmal nach links drüber warum ist denn die Scheiße so dunkel ey wenn ich so hoch ähm 30 Meter denke ich jetzt kommt er auf uns zu 5 Meter ich weiß nicht was ich alles achten soll und jetzt so ungefähr so ungefähr naja passt doch fürs erste Mal nach äh soviel Jahren wieder gut zack